Hallo und herzlich willkommen zurück zu City Skylines. Ja, wir sind immer noch an unserem... Ähm, ne, Julian macht Schienenplanung. Wenn Julian Schienenplanung macht, ist, äh... Wild. Sagen wir mal so. Wir haben einen Tunnel, eine Brücke und jetzt müssen wir das Ganze hier irgendwie verbinden. Ich weiß noch nicht wie. Ich hätte ja ganz gern hier... Hier irgendwo ein Nebengleis gemacht, das hier... Einfach hoch geht, aber... Irgendwie macht er das nicht... Nein, ich hätte ganz, ganz hohen Tool, glaube ich. Gefälle zu steil. Ja, ich will eigentlich auch nicht... Okay. Wenn ich das jetzt hier mache... Irgendwie... So. Nee. Rechtwinklig. Ja, genau. Okay, unter 22 Grad kriegen wir das nicht hin. Sagt das Spiel. Wenn ich jetzt hier hochgehe... Wenn ich jetzt hier so reinkomme, vielleicht. Wenn ich jetzt hier so reinkomme, vielleicht. So geht's nicht ganz. Wir waren aber nah dran. Wir waren nah dran. Und das funktioniert theoretisch. Das ist wild. Ich lasse es so. Ich finde es irgendwie geil. So, jetzt müssen wir aber mit der Schiene auch noch hier drauf kommen. Oh Gott. Oh Gott. Gut, ich könnte jetzt entweder hier abgehen nach darüber. Das wird aber wahrscheinlich nicht funktionieren. Oder ich mache hier einfach auch wieder nochmal so ein... So ein wunderttolles Nebengleis. Das finde ich auch spannend. Warum? 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 Warum Spiel? Warum... Warum steckst du mir sowas vor? Ja, ich weiß, ich finde ich ein bisschen ein Ding. Aber dafür kann ich jetzt hier vielleicht hochgehen. Schön langsam. Hier eine Wunder. Oh, das wird... Das wird göttlich. Was ist das letzte Stück? Das Stück kann ich jetzt wieder hier nicht anschließen. Oh, doch das... Ja, nee. Das letzte Stück ist einfach nur... Nicht... Jetzt soll ich dann auch wieder hergehen. Hier... Möglichst kleiner Winkel. So. Und dann... So. Und dann... So. Na, nicht ganz. Das Stück hier gefiel mir eigentlich ganz gut, aber... So wäre halt richtig geil. Aber Entfernung zu gering. Oh, okay. Okay, es geht. Man kann schön bauen. Man kann aber auch sowas bauen. Das ist einfach nur witzig. Das... Das wird halt null effizient sein hier. Die Züge werden halt hier kreuz und quer fahren können. Naja, weil... Was soll's. Äh... Die Schiene gefällt mir hier. Die hier ist auch okay, aber die Verbindung ist... Naja. Naja. Wir brauchen mehr Industriegebiet, ja. Das heißt, wir machen jetzt hier mal... Können wir eigentlich hier noch so einen Damm bauen, ne? Achso, das ist außerhalb unseres Areals, ne? Äh... Hier einen Damm bauen, das gefällt mir nicht. Eigentlich unter der Autobahn hier. Die Fälle zu steil. Der bringt uns 64 Megawatt. Ich weiß, das bringt halt nicht viel. Kann ich genau so ein Ölkraftwerk bauen. Das bringt... Das bringt halt mehr. Es bringt halt einfach mehr. Ich glaube, das ist mein großes Problem damit. Das Ölkraftwerk bringt einfach mehr. Wie viel Energie brauchst du? Achso, du hast noch kein Öl wahrscheinlich, ne? Ölgespeichert für sieben Wochen, okay. Du musstest eigentlich Strom haben. Theoretisch könnten die... Ja, also das hier ist... Darüber sprechen wir nicht. Der Rest ist okay. Das hier müssen wir noch anbinden. Die Seite hier. Die Seite müssen wir noch anbinden. Ich glaube, wir sollten das auch einfach wieder von hier aus machen. So, und hier gehe ich jetzt einfach mal hoch. Kann ich... Ja. Nee. Das Game lässt mich das aber auch nicht so machen, wie ich das möchte, ne? Na ja, ist ein bisschen ein Knick drin, aber was soll's. Was soll's. Ich frage mich halt, ob der Güterbahnhof... Was bringt der jetzt? Also, er bringt schon was, aber... Was bringst du jetzt, Güterbahnhof? Gut, hier... Vielleicht wär's hier sinnvoller. Weil hier ist es mir egal, dass es hochgelegt ist, ne? Und hier macht's auch Sinn, dass es unter der Autobahn erstmal durchgeht. Das müssen wir bestimmt nochmal ändern. Noch zehnmal bestimmt. Aber wenn ich hier... Das schlafen, dann haben wir schon viel geholfen, weil... Ich möchte... Was war denn das? War es beim Bahnhof? Nee, das war... Irgendwo hab ich da noch was Tolles gesehen. Könnte es hier ein Depot oder sowas... Irgendwas könnte ich da noch bauen. Irgendein Warendepot oder sowas. Busdepot... Keine Ahnung. Busspuren, finde ich... Sollten wir vielleicht auch mal machen. Straßenbahndepot... Ja... Erhöhe die U-Bahn-Station. War das hier irgendwo? Die Monadenfabrik. Eine Bäckerei. Warte mal. Haben wir eine Bäckerei schon gebaut? Nö. Ja, eine Bäckerei könnten wir doch hier bauen, oder? Oh. Warum nicht? Ich muss nur aufpassen wegen der Lärmbelastung. Lärmbelastung. Aber... Irgendwo hier so. Ja, aber du müsstest doch von hier... Mehl- und Tierprodukte. Ja, eigentlich... Eigentlich? Ja, Nutzpflanzen. Nutzpflanzen ist ja schon mal da. Wir müssten eigentlich... Vieh stangen. Ne, wir haben auch eine Getreidemühle. Wir haben eine Tonne gespeichert. Das ist jetzt nicht so mega viel. Aber wir könnten ja vielleicht noch mehr Getreide machen. Eigentlich wollte ich was anderes gucken, ne? Oh Gott. Oh Gott. Ne, da sind wir noch nicht bereit zu. Ganz... Oh Gott, was ist das? Eine Fakultät. Ja, mhm... Ne, äh, lass mal. So weit sind wir noch nicht. Ich wollte eigentlich was anderes. Äh... Transport. Parks und Plätze. Wo war denn das? Wahrzeichen. Ja... Ich... Keine Ahnung, wo das war. Normaler Bahnhof. Ein Güterzug-Bahnhof. Oh, da ist denn der erste Güterzug weggefahren gerade. Ähm... Ja... Keine Ahnung, wo das war. Bäckerei. Immunadenfabrik. Postsortieranlage. Postamt. Oh Gott. Was es alles gibt. Haben wir das Silos schon gebaut? Ja, haben wir. Okay. Kleine Scheune. Was bringt die uns? Ja, die könnte jetzt hier aber locker noch hinsetzen. Eine kleine Scheune. Warum nicht, ne? Melkstand. Okay. Kleine Viegeartenweide. Mittleres Obstfeld. Ja, eigentlich wollte ich was ganz anderes machen. Aber hey. Ich habe mich von der Landwirtschaftsschilde ablenken lassen. Ach, komm schon. Komm, Julian. Du musst jetzt... Dieses Industriegebiet muss endlich entstehen. Du brauchst hier, äh... Industriegebiet. Auf jeden Fall jetzt. So. Ja, kostenlos Müll. Interessiert mich gerade nicht. Wo war das? Ich habe das doch gesehen gehabt. Es war so... Es war so ein cooles... Äh... Gebäude, medizinisches Labor. Das interessiert mich doch gar nicht. Müll und Industrie... Ich glaube, es waren Industrieanlagen. Lagerhäuser. Ah, genau. Es war hier. Lagerhof. Mittleres Lagerhaus. Kleines Lagerhaus. Hier, das da. Oh Gott, ist das riesig. Ähm... Wo ist die Eisenbahnanbindung, bitte? Ich weiß ja nicht, wo die Eisenbahnanbindung ist. Wahrscheinlich einfach auf der anderen Seite, ne? Oh Gott, das ist riesig, das Lagerhaus. Ähm... Ich sitze hier hinpacken. Das kostet 30.000. Okay, da ist die Ausfahrt. Das ist schon mal gut. Das mag ich. Okay, wo genau fahre... Wo? Wieso? Warum? Wo fahre... Ist doch keine Einbahnstraße hier, oder? Nee. Die haben sich dafür entschieden, den ganzen Weg außen rum zu fahren. Ich habe die Straße nicht gerade erst abgerissen. Ja, ja. Lagermonie ist ausgewogen. Äh... Das weiß ich noch nicht. Gelagerte Rohstoffe weiß ich noch nicht. Wahrscheinlich Erze. Ich will eigentlich doch nur Schienen bauen. Ich wollte... Ich bin doch schon wieder abgelenkt geworden. Ja. Alles. So. Ja, ich... Manchmal das Bausystem ist... Äh... Und dann möchte ich jetzt natürlich die Hauptstrecke... Äh... Nein, nicht da... Nicht da connecten, bitte. Mach das doch einfach den Pixel, wo ich hin möchte. Ja, das ist wirklich genau der eine Pizza daneben gewesen. Aber jetzt ist noch nicht so schlimm. Hör auf, das da ranzusnappen, bitte. Oh, Junge. Junge, machst du mich aggressiv. Okay. die straße abreißen ist dann vernünftig kann ich kann ich tatsächlich muss hier hoch macht das mal daneben wieder macht es macht es da kann ich das jetzt irgendwie das gleich kann ich nicht wahrscheinlich nicht irgendwie hier noch mal in die richtung verbinden oder das kriegen wir nicht hin egal egal wie man es wir machen es hier drüben wir wollen hier eins drüber hier eins drüber und dann gehen wir hier einfach wieder runter oder gehen wir erst bleiben hier oben wir bleiben hier oben gut dann bleiben wir hier oben da macht sinn glaube ich so wie sie hier und dann gehen wir hier wieder runter doch das auch mal das so komisch zu machen ja ja so und dich dann bin ich dann einfach hier mit so und damit dürftest du schon mal angebunden sein jetzt oder nicht genug strom okay das ist ja akzeptabel dort ist ja akzeptabel das ist extra zufahrt dafür ich hätte die halt ganz gern hier es geht halt nicht na kriegt es hier ja das ist ja ich glaube das wird nichts ja das ist der ort hier halt belegt ort ist bereits belegt das geht aber okay wenn ich das ein stück weg schiebt okay und es kostet 6.000 kein leben ja ich weiß dass du keinen strom hast du brauchst du einfach mehr gebäude neben dran ich mach da hier mal eine straße hoch ich ja hoch. Das macht doch mehr, es in die Schiene hoch zu machen. Hey, Heidi, hey, hey. Züge. Also tatsächlich, immerhin funktioniert das. Die sind wahrscheinlich noch nicht sehr effizient, weil wir hier haben wir lauter. Lauter. Okay, da wird Karton produziert. Wie genau machst du darin Karton? Warenkorb AG, okay. Wie angegossen GmbH. Ja, okay. Haushaltswarenfabrik. Okay. Wie angegossen GmbH. Kartonfabrik. Okay, die Kartonfabrik hinterfrage ich nicht. Ähm, das hinterfrage ich einfach mal nicht. Warum, wie und weshalb und überhaupt. Äh, nein, ich hätte doch einfach, boah, kann sie jetzt wieder gerade, ja. Ja, das ist doch gut. So, jetzt mache ich, dass ich es hier oben mache hier aber eine Kurve draus. wunderschön. So, wenn ich das jetzt hier sogar noch... Wow. Okay, ich möchte hier aber wieder runter natürlich. so. Äh, I don't know. Ich möchte, glaube, erst mal... Kannst du erst mal gerade lang fahren hier. So, und dann hier irgendwo so hier das Ding machen. Entfernung zu gering. Ach, mh, Mensch, was ist das, ey? Weiß, ich will das hier in sehr enge Stelle reinquetschen. Ist mir schon klar. So würde gehen. Damit habe ich halt das genau wieder, was ich nicht wollte. Ich kriege das halt, glaube ich, auch nicht hin, ne? Wie ich das irgendwie hin, dass ich das hier... Das funktioniert. Kann man doch keiner erzählen, dass das funktioniert. Keine Ahnung, ey. Ich will halt genau in der Mitte im Punkt. Dann ist aber hier die Entfernung oder Entfernung zu gering. Ah, kannst du dich einfach verbinden? Das ist das Kürzeste, was ich hier machen kann. Hier. Okay. Von hier nach hier geht aber halt dann nicht mehr. Ort ist bereits die Fälle zu steil. Baum, hallo? Okay, das ist ganz schön steil da raus. Was ist, wenn ich das Ganze kümmer? das hier einfach ein Bild hochmache. Das hat ja hier wunderschön funktioniert gehabt. Na ja, oder ich muss es halt wirklich da lassen, muss es. Das funktioniert jetzt noch nicht, ne? Ja, gut. Ein Versuch war es wert. Ja, ne, dann mach ich da lieber die Gerade hin und dann guck ich, dass ich das so verbinde. Fertig. Ist halt so. Ich wollte eigentlich eine Nebenbahn machen, damit man da reinrangieren kann, aber was soll's. Das Game sagt nein. Okay, wie genau wissen wir eigentlich, okay, ich will doch fragen nicht, wie du da rankommst. Da gibt's noch mal mehr Fischstäbchen Fabriken, ne? Das gefällt mir aber auch nicht. Ganz ehrlich. Da kann ich gleich die Schiene ganz ranziehen. Ja, guck mal, nee, da sind Kartonfabriken. Hier akzeptiere ich das ja noch. Wobei, da kann ich das auch nochmal verschieben, ne? Ah, nee, kann ich nicht. Wegen den Schienen, ne? Okay, du bleibst jetzt einfach so. Okay, was hast du jetzt noch? Kein Rohstoff ausgewählt. ja, 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 ähm, Metalle, ich würd sagen Metalle, weil, Metalle hier, ja, 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 genau das ist der Plan, das zu exportieren. der Schiene. Wir haben's, wir haben's gleich geschafft. Ah, nee, jetzt muss ich das da wieder. Genau. Ja, kannst du das nicht einfach gerade lassen. Danke. Okay. Dann mach ich das hier oben weg, ich lasse hier weg. Dann geh ich hier einfach eins hoch. Äh. Okay, das geht. Und dann so. Ja, na, na, da kann ich leben. Ich muss da wieder gleich sein, wenn man noch ist. Sehr gut. Und jetzt geht es so. Wait. Ist ja eigentlich das, was ich die ganze Zeit wollte. da ist so ungefähr, wie ich das wollte. da ist so ungefähr wollte. Das ist das entscheidende. So, ja, ich weiß nicht, warum das so ein Hügel ist. Das sieht irgendwie komisch aus. Ähm, ja. Ja. Ja, das ist doch ganz cool. Das ist doch, ja, aber sowas von. Hä, nehme ich. Alter, das nehme ich. Das nehme ich ja direkt als Thumbnail, ne. Dann würde ich sagen, wir haben sowieso schon wieder absolute Überlänge. Aber was soll's, ja. Das ist, Wow. Guck mal das an. Ja, nee, das wollte ich nicht. Ich wollte diese Kamera. Gut, dann würde ich sagen, ähm, hau da rein. Bis zur nächsten Folge. Ciao. Ciao.